Schokolade! 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 Nein! Öste! Schokolade! Oh, ruck! Oh, ruck! Das ist eine große Rolle! Der Räume habe ich gesehen! Kinder, ich sage euch was. So viele Sachen wollte ich mitnehmen beim Auswandern. Aber ich sage euch was. Ich glaube, ich lasse das alles zu Hause. Das ist so groß und so schwer. Du kannst einen großen Korb mitnehmen! Nein, den kann ich gar nicht tragen. Ich trage das wieder zurück. Dann kannst du gut das schaffen! Ich nehme den Korb auf. Oh, sag echt's mir! Ha, ruck! Ha, ruck! Ha, ruck! Ha, ruck! Ha, ruck! Wo bin ich nun? Ich sag's euch. Einiges Mal. Man muss so viel mitnehmen im Leben. Und in Wirklichkeit ist das gar nicht alles notwendig. Ich habe einmal gelesen. Da ist gestanden. Weniger ist mehr. Ich weiß nicht, was die meine da ist. Ich hebe mich da gar nicht aus. Und da habe ich noch was Gescheites gelesen. In der Schule, im Buch ist gestanden. Wenn du Liebe teilst, dann wird sie doppelt. Wie soll denn das passieren? Sowas! Das kann auch einmal die Schüler. Dann werde sie schenken. Ich habe eine Idee. Ich hole mir einen Sackerl. Von der Großmutti habe ich nämlich einen Sackerl bekommen. Und die Großmutti hat gesagt, Herr Schuhe, das Sackerl gebe ich dir mit beim Auswandern. Ein Sackerl von Liebe, hat sie gesagt. Soll ich es holen, Kinder? Soll ich es holen? Dann bin ich gleich wieder da. So. Da habe ich das Sackerl von der Großmutti. Aber das ist ja ein bisschen da drin. Da ist es laut der Herzen drinnen. Kinder, Kinder, ich weiß nicht. Könnt ihr mir auch ein bisschen Liebe schenken? Ja, das geht wirklich. Ich habe dich lieb. 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 Und alle Kinder müssen die Hände über den Kopf klemmen. Und wagen. So wie es die Rosmarie macht. So hin und her wagen. Eins, zwei, drei. Hände runter. Und aufwechseln. Eins, zwei, drei. Wickel, wackel, 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 wackel. Wickel, wackel, wackel, wackel. Was ist denn das, Kinder? Warte, du, du, du hast ein Herzl. Oh, das stecke ich in den Sackchen. Das ist echt so voll Liebe. Und, du, du, du hast ein Herzl. Wickel, wackel, 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 wackel. Wigglwagel, 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 Wigglwagel... Das schaut sich das an. Da ist schon wieder eines. Kinder, ich hätte doch gerne Drittes! Vielleicht schenken wir die großen Kinder auch eines. Wenn sie auch mit den Brüdern eine Rügel, Königwagel, Wigglwagel, Wigglwagel, Wigglwagel... Oh, 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 oh. Danke, danke. 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 Genau so werde ich das machen. Ich werde die ganz schweren Sachen zu Hause lassen. Ich werde nur das Sackerl von Liebe mitnehmen auf meine Preise. Aber ich werde in den Räuber reisen. In den Räuber reisen kannst du außen wohnen. Ich habe eine Idee. Die Prinzessin hat mir so viel von ihrem Kitzerschmuck geschickt. Und ich habe mir gedacht, ich kann auch den Kitzerschmuck bei euch stellen. Ich schenke euch auch was. Ich hole den Kitzerschmuck für euch. Und da darf ich dann ein paar Stücke heraus holen. Wollen Sie das? Ja. Gut, dann rufen wir zuerst noch mal die Prinzessin. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin! Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin! Ja, du liebe Prinzessin, darf ich den Schmuck von dir mit den Kindern teilen? Ja, wenn du gerne möchtest, kann ich... Ja, du, das möchtest. Ja, du, das möchtest, kann ich den Schmuck von dir mit den Kindern teilen? Ja, du, das möchtest, kann ich den Schmuck von dir mit den Kindern teilen? Ja, ich habe auch beschlossen, dass ich meine schweren Sachen da lasse. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich glaube, die Kinder können alleine kommen, ohne Mamas und ohne Papas. Ich glaube, die Kinder können alleine kommen, ohne Mamas und ohne Papas. So, bitte sehr. Wer packt das Beginne? Der Batik kommt nach Bord.